Die ganze Hütte von der Schlüssel. Panzerhauskiste, was haben wir hier? Semtex? Ja, Semtex-Tool. Mach den einen toten Briefkasten um Missionsfortschritte zu erzielen. Bewegung! stehe unter direkten beschoss nur oben nicht war das eine bombe so vielleicht in die roten kisten doch 1 1 sichere diese vorräte in einem toten briefkasten um missionsfortschritt zu erhalten die augen die augen die 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 heilen was aus, diese Brastarde. Oh, Alter, heftig. Mach Spucke drauf, sag doch. Ah, genau, der rote dort, der hat mich weggehauen. Der mit der roten Mütze hier. Nicht okay, oh, ich werd, ich, äh... Was denn? So, er hat mich verklickt. Achso. Eigentlich wollte ich mich hinsetzen und ihn... Kann ich meine wegpacken? Wegstecken? Ja, kann ich. Aber wir müssen ja sowieso ganz weit fahren, auch auf dem Weg ist irgendwo eine bestimmte Kaufstation. Also ich hab meine eingesteckt, die ich hatte und hab die aus der Waffenkiste neu genommen. Ah, okay. Was wird er da noch? Aufklärungsdrohne, ich glaub's nicht. Ja, jetzt kriegst du die zuhauf. Hier vorne ist Spieler. Jo, hab ich gehört. Steigt, steigt aus. Nö, ein Bot. Jetzt. Los, los. Zählen. Davider. Halt. waren aber glaube ich keine spieler wollen wir fahren die looten noch mal oder ich glaube muss noch gucken aber irgendwo ist bestimmt noch eine verkaufsstation also ich bin freue ich würde vielleicht schon mal eine kasse das ist das postbüro hier ist keine verkaufsstelle nicht ich wurde von hinten gefinisht okay am auto bei uns wo er war ich habe ihn ich weiß nicht ob er alleine war die wo bist du okay ich habe sie na was hat sie für eine weste eine zweier weste ich bin schon wieder noch so geht es gut gehen wir es an noch ein spieler warte ich rede dich spieler spieler digga wo links hinter dir oder nicht ne alles klar das bin ich digga ja ne ne alles klar ich habe es falsch gesehen alles gut ja besser einmal zu viel als zu wenig ja ja ne ne alles gut ich war nur so ich war nur so Thomas sagt hinter mir hinter mir ist die wand oh hier ist eine dreierplatte Nordi hier hinten geil ja das ist geil ich habe eine du hast meine gemobbt glaube ich dann nimm du die da hinten ja ja ist ja auch egal alles halb so wild oh guck mal hier hier ist die die äh vom Chemiker oder nicht nur anders gemoddet achso oh sieht gut aus hinten ist noch eine M4 hier ist eine Sniper nimm mal die Granaten aus den Rucksäcken und so ich bin schon voll mit Granaten ich habe Waffenkisten und Plattenrüstung und er hat keine Granate nö habe ich auch nicht gesehen ja ist klar ich habe sie mit dir noch achso na bitte so jetzt sieht es doch gut aus ok brauchst du Platten Max ja jetzt nicht habe ich habe liegt da mein Rucksack weiß ich nicht du hast jedenfalls einen auf dem Buckel ah ne 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 alles gut alles gut hab mal einen Rucksack wollen wir nochmal zurück zu einer Verkaufsstation ja müssen wir brauchen ja noch eine Munitionskiste oder nicht aber ich guck diesmal äh na ich habe 22.000 ich kann ja Munitionskiste kaufen bis zur Besinnungslosigkeit naja aber die brauchen wir ja müssen wir können wir ja nur in der achso in der Verkaufsstation in der Verkaufsstation naja aber ich bin voll ich will mein Zeug erstmal wegbringen Mensch sonst nützt mir die Kiste doch nichts ich habe eine Waffenkiste und und sechs Granaten im Rucksack plus die zwei Granaten ja dann let's go mir doch egal ihr wisst doch wo das ist ich hab doch keine Ahnung jetzt will ich nie nochmal zurückfahren hier wieso kann ich schon wieder nicht mit Mark kommen ja ich hab auch ne Kiste ich weiß gar nicht woher ich hab auch ne Kiste ich weiß gar nicht woher ach was diesmal wird der richtig angezeigt bei mir nicht also ich stehe da richtig also ich stehe da richtig das war schon immer so ne so ein lila Knilch so zwei Semtex zählt das ja kann ich da nicht ran ich glaube immer wenn es offen ist kann sie nicht ran so jetzt Waffenkiste Munitionskiste war nicht ausrüsten jetzt setzte Munition ab Fertig achso okay war das klar naja nice das ging ja fix jetzt ne tja fühl mich auch wenn es lohnt